Willkommen zu einem neuen Video von Barbo Cologne. Wir beschäftigen uns heute mit dem interessanten Thema Hormone und Haut. Wir alle haben Hormone im Körper und es gibt gewisse Hormone, die unsere Haut negativ beeinflussen. Wir zeigen euch heute, welche das sind, was für Auslöser sie im Körper haben und was wir kosmetisch dagegen tun können. Ich bin Julia, Skin Expert bei Barbo Cologne seit acht Jahren. Viele meiner Kunden wissen mittlerweile, dass auch die Hormone in unserem Körper, gerade bei uns weiblichen Kunden, immer eine Wirkung auch auf unsere Haut haben können. Das heißt, wir räumen heute einmal auf und klären mit euch, welche Hormone überhaupt auf der Haut wirken und was wir aus der Sicht einer Kosmetikerin dagegen tun können. Kommen wir nun einmal zur Definition. Was sind Hormone überhaupt? Hormone sind umgangssprachlich gesagt unsere WhatsApp im Körper. Das heißt, sie sind der Informationsübermittler von allen möglichen Kommunikationswegen in unserem Körper. Die werden, also die Hormone an sich, werden einmal in der Drüsenzelle produziert und gelangen dann über unsere Blutbahn bis hin zur Zielzelle. Hierbei gibt es jetzt zwei hormonproduzierende Organe, die für uns und die Kosmetik besonders wichtig sind. Das ist zum einen einmal die Schilddrüse und auch die Nebenniere. Organ Nummer eins ist einmal die Schilddrüse. Hier werden gewisse Schilddrüsenhormone produziert und bei einer Unterfunktion zum Beispiel kommt es zu sehr gravierenden Veränderungen von Haut, aber auch Haaren. Das zweite Organ, was für uns und unsere Haut wichtig ist, ist die Nebenniere. Hier werden zum Beispiel Glucocorticoide gebildet. Das ist das bekannte Stresshormon Cortisol, wie aber auch das Cortison. Dort werden auch Androgene produziert, wozu auch die bekannten Östrogene gehören und auch für unseren Hautaufbau die besonderen Peptide. Kommen wir zum Thema Östrogen. Beim Östrogen gibt es einerseits einen Mangel, aber auch einen Überschuss. Wenn wir jetzt einen Östrogenmangel haben, reagiert unsere Haut mit Falten, Elastizitätsverlust, Trockenheit, aber auch Haarausfall, da durch die Östrogene das Kollagen fehlt. Was man jetzt kosmetisch dagegen tun kann, beziehungsweise um das Ganze wieder positiv zu beheben, sind alle aufpolsternden Maßnahmen. Dazu zählt EGF, FGF, Tripeptide, aber auch Vitamin C und A, weil das alles unser kollagenes Fasernetzwerk stärkt, die Haut strafft und wieder mehr Fibroblastener Aktivität fördert. Darüber hinaus haben wir aber auch unsere Algenextrakte. Die sind mittlerweile auch in den meisten Produkten mit drin. Da eine Algea super ist, um den Zellschutz zu optimieren und das Energielevel in den Zellen auch zu erhöhen. Ein weiterer Inhaltsstoff, um eben diese Hauttrockenheit und den Elastizitätsverlust zu reduzieren, ist die kosmetische Anwendung von Mikroniedling und auch Mikrodermabrasion. Hier haben wir eine ganz extreme Kollagenaktivierung, um natürlich die Haut wieder frischer und strahlender aussehen zu lassen. So, das war jetzt einmal alles zum Thema Östrogenmangel. Natürlich gibt es auch einen Östrogenüberschuss. Dabei kommt es dann zu den berühmten Hyperpigmentierungen. Alles rund um dieses Thema haben wir euch in unserem Video dazu verlinkt. Das zweite Hormon, was bei uns zu Hautveränderungen führt, ist einmal das Testosteron. Beim Testosteronüberschuss kann es zu fettiger Haut kommen, aber auch zu Akneformen, sowohl in der Pubertät als auch im Erwachsenenalter und zu übermäßigem Haarwuchs. Das heißt, auch bei Frauen kann dann gerne mal ein Damenbart oder auch der ein oder andere Pflaumen im Gesicht entstehen. Alles zum Thema Akne, sowie Behandlungsmethoden als auch Nahrungsergänzungsmittel und wichtige Kosmetikpräparate findet ihr in unserem Video Hauterkrankungen und Akne. Wir hoffen, euch hat unser heutiges Video gefallen und wir konnten euch das Thema Haut und Hormone etwas näher bringen. Das heißt, wenn ihr unter dem einen oder anderen Hautveränderungsmerkmal leidet, dass das mitunter auch eine hormonelle Ursache haben kann. Wir freuen uns, wenn ihr unserem Video ein Like gebt, unseren Kanal abonniert. Gerne könnt ihr uns auch eure Wünsche und Anregungen unten in der Kommentarbox teilen. Wir freuen uns auf das nächste Mal.